Guten Tag meine Leute, willkommen zurück zu Sanic Generatone Tintanus... Tinnitus? Tinnitus? Warum Tinnitus? Na egal. Im letzten Part haben wir die Green Hill Herausforderung geschafft und jetzt haben wir in Chemical Plant auch welche. Was willst du jetzt? Unter Okay, ich brauche 100 Ringe. Alles klar. Alles klar. Lässt sich glaube ich machen oder so. Vielleicht auch nicht. I don't know. Okay. Der ertränkt mich ja halb in der Regen. Ist ja heftig. Nein! Nein! Okay, irgendwie zack ich grad voll. Ich zack grad voll ab. Auch gut. Ah da ist er. Ich baue noch ein paar. Dammit. Okay. Bum. Ah ne, das Wasser steigt. Darauf könnte ich verzichten. Ehrlich gesagt. Aber fuck it. Okay. Autsch. Okay, das war's. Damit. Fuck it. Neustart. Neustart. Neustart ist besser. Alter. Dieses Ding. Jetzt wirklich. Ja, genau. Okay, 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 okay. Ich sollte mich, glaube ich nicht zu oft hitten lassen. Ich glaube, ich sollte mich nicht zu oft hitten lassen. Wäre blöd, glaube ich. Ich glaube, ich. Okay. Okay. Nein! Nein! Ich denke, irgendwie hinter uns. Nice. Wo ist der jetzt? Jetzt ist der schon da oben. Sch Es ist einzustand aus. Okay. So, jetzt habe ich mich nicht mehr hitten lassen. Auch gut. Mit meinem Pico-Pico-Hammer helfe ich dir höher zu springen. Pico-Pico-Hammer? Verlass dich auf mich! Wieso Pico-Pico-Hammer? Ok, noch Pico-Hammer. Doch gut. I don't need her. I'm telling you. Oh, ich brauch sie glaub ich doch. Aber ich will sie nicht brauchen. Ich bin Sonic, ich will die nicht. I don't want her. Kann die jemand anders nehmen? Bitte. Ok, gib mir mal Luft, danke. So, jetzt hoch. Ok. Und nochmal hoch. Ups. So. Bam. Geht hier gut voran eigentlich. Und... Da. Don't destroy it. Oder... Fommi aus. Do it. Whatever. Und hoch. Und... Autsch. Und... Oh. Äh. Okay. Ich habe mich nicht squashed. Oh, hey. Oh, doch. Äh. Einerseits versuchen. Bitch, no. Nix mit Amy. Lass mich mit Amy in Ruhe. Wie Saverna Citadel? What's this? Danke, stehen wir aus dem Hintergrund. Ein Ring heraus. Erreiche das Ziel rechtzeitig mit nur einem einzigen Ring. Warte, wer ist der jetzt von mir? Oh, hey. Okay. Ah, Sweet Mountain. Okay, warte. Whatever. Let's get that. So. Mit einem Ring. Kann ich es auch mit keinem Ring schaffen? Ich stelle jetzt wichtige Fragen, ne? Okay, jetzt will das Spiel echt alles tun. Komm nicht drin rumzubringen. Ist gut. Whatever. Ähm. Hey. Well. Fuck. Ein Husten aus dem Hintergrund. Wer ist das wohl? Findet es heraus. In keiner Folge. Findet es Warners heraus. Schaut im Internet nach, Leute. Wozu habt ihr das Teil? Ich meine immer. Boing. Uh. Wow. Wow. Oh. Fickt euch doch. Was, was ist das? Was ist das? Kaiser Sonic? Öh. Öh. Sind wir ganz lustig, oder was? Öh. Okay. Grind und, äh. Ja, genau. Weil wir alle so lustig sind, ne? Ich höre den Go Ring, glaube ich. Ich glaube, ich höre den Go Ring. Oder ich spiel mir das ein. Da, da. Ich spiel's mir nicht an. Yay. Go me. Ich bin nicht taub. Ausnahmsweise. Wuh. Nein. Okay. Ey. Du Bitch. Komm zurück. Illustration. Whatever. Erhalten. Ah, danke. Nee. Hoch. Hm. Hm. Kann jetzt nicht hoch. Danke. Boah, je. What's this? Grabel, meide den Leben im Griff. Der Grabel und reiche das zählen. Reichzeit, Digga. Was haben wir da zu zeigen? Let's do Sweet Mountain. Okay. Weil ich's drauf hab. Obwohl ich's eigentlich nicht drauf hab. Wuh. Okay. So. Das ist jetzt einfach nur ne Gegner-Umbringe-Herausforderung in meinen Augen. Kill die Viecher. Ja. Äh. Hi, Mensch. So. Nein. Böse. Böse. Böse Spinn. Autsch. Okay, Zeit. Wuh. Äh. Noch mehr. Alter. Jetzt übertreibt ihr aber. Vielleicht. Okay. Mit Homing Attack sind die... Was war das jetzt? The fuck? Nein. Don't. Blum. 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 So. Aber jetzt. Nein. 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 Not me. Blum. 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 Okay, so geht's auch. Okay. Äh. Hoch. Leges. Nein. Verdammt. Nein. Nein. Nicht Homing Attack auf die da unten. Hm. Sonic. Was ist dein scheiß Problem? Junge. Junge. Zu oft gegen die Wand gedasht, oder was? Nein. Nicht einmal versuchen. Ich hab's einmal geschafft. Ich bin glücklich mit einmal. Oh. Kann ich Musik? Kingdom Valley? Ich glaube, er ist Sonic 06. Äh. So. Tritt gegen Sonis Doppelgänger... Okay. Nehmen wir gleich. Okay. Die Musik sagt mir jetzt nichts vom... Hören her, aber... Ist ja Sonic 06. Okay. Gleich mal daschen. Okay. Und wuuu. So. Ne. Ne. Okay. Ne. Ne. Okay. Schaut er gut aus. Bis jetzt. Ne. Ne. Und jetzt geht's nach oben. Mit's Bomben. Auch gut. Die ding. Wow, wow, wow. Okay. Okay. Alles gut. Nice. Alles kaputt schlagen. Gefällt mir. Boom. Nein. Okay. Und hoch. Und Wasserrottsche. Wuhu. Fun 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 Fun. Spaß für die ganze Familie. Eigentlich nur für Sonic. Weil der Rest der Familie würde gleich sterben. Ja. Boah. Alter. Ah. Was? Nein. Help. Help. That's not what I wanted. Okay. Jetzt hoch. Und. Jetzt bin ich da. Geil. Taha. Voller Pro Run. Ich will jetzt nichts sagen, aber vielleicht wird das ein S-Rang. Vielleicht. Und mit vielleicht meine ich, es wird sicher keiner, weil ich es jetzt gesagt habe. So wie ich mein Versprechen kenne. Oder. Wir schauen mal. Wo geht's? Ah. Okay. Da geht's. Boom. Ah. Jetzt bin ich wieder an der Stelle. So. Abkürzung. Bäh. Okay. Ich werde jetzt nicht verraten. Ich werde nicht versuchen, irgendeinen Scheiß zu machen. Ich werde einfach dort rumdashen. Ohne irgendeinen dummen Mist zu machen. Gut gemacht, Sonic. Gut gemacht. Uh. S-Rang. Und nein. Ich will es nicht versuchen. Danke. Ah hey. Irgendwas hat Farbe bekommen. Ich weiß nicht was, aber es hat Farbe bekommen. Na egal. Ich mag seinen Jumpsound. Dieses. Du. 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 Ah das hat Farbe bekommen. Okay. Äh. Unbesiegbarkeit. Überwinde Feiner mit Unbesiegbarkeit, um das Ziele in der Zeit zu erreichen. Mancha Run machst du hier jetzt. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Machen wir jetzt Mancha Runs. Gefällt mir. Angst vor allem. Und es ist zu spannitudes stabilisiert. Macht'souched also in der Zeit circumstantienz zu machen. rumizon touching machen. Ist gut gemacht. Und so. Was legst du jetzt. Auf jeden Fall. Irgendwas. also wirklich wenn ich an classic sony denke dann dann denke ich echt um dieses team das ist einfach classic sonyxin let me up or down or whatever rang a nein einfach mal ein musik i want musik die musik stardust speedway er reige das team mit dem wasserschild rechtzeitig um diese fähigkeit zu behalten ich glaube ich bin von der wasserschild oder so ist da das was ist das ich glaube dass die idee glaube ich ich glaube na egal jetzt soll ich bei uns haben das willst du jetzt von mir ist gut ich habe verstanden nein mein schild du arsch mit ohren und füßen so hoch da einfach alles tot bei uns ok so jetzt da hoch und oh ja wow ok hier ist gut jetzt wohin da weg das war's damit gib her ja ok noch höher und nachher und nachher und nachher und nachher noch ja ja nicht so suchen danke bitte ich bin bedient halt die fresse um keine macht lässt sich glaube ich machen sollte zu schwer sein weil die kain nicht so pro ist wie ich mein vorsprung beste obwohl der holt langsam auf aber langsam mit langsam aber nicht langsam auch auch so noch mal Was mache ich da? Was geschieht hier? Jetzt muss ich da hin. Super. Ich bin schon nah am Ziel. Ich habe ein, zwei Spin-Dishes entfernen mich noch davon. Und eine dumme Spinner, die denkt, sie kann sich alles erlauben. Auch gut. So schnell. Gut. Musik. Musik. Ich freue mich immer für Musik. Das ist immer toll. Endless Possibility? Ich stehe im Hintergrund. Wo ist die her? Okay. Okay, take it. Welcher Schalter schaltet? Drücke die verschiedenen Schalter um das Ziel in der Zeit so. Schalter. Schalter, schalten, schalten. Also ich muss Schalter schalten, die Schalter schalten, schalten, schalten. Alles klar. Ist gut. Oder ich mache einfach das. Der hat geschalten. Also, ja. Die schalten alle. Wirklich. Oder auch nicht. Die schalten. Wirklich. Is it not?ier. gefällt mir definitiv das gut das gute musik jetzt hoch hoch und spinnen great geht weg ihr spinnen wohin jetzt komm her danke nein muss da hoch weil der schalter schaltet sicher ok boah bin ich gut ok geht ja alles gut voran wo es es ok now ein bisschen illustrations kann man sich immer gönnen eine challenge haben wir glaube ich hier und zwar die hier tillers giftiger himmel drücke y und tails hand zu nehmen und erreiche das ziel vor ablauf der zeit ok gut gemacht tillers jetzt bist du auch mal nützlich endlich wieder überlass das fliegen mir ah classic tales einfach mit der y-taste das ist classic tales ah wie es ist ich kümmere mich darum ach so ich muss mich I don't need you ok ich glaube ich brauche dich doch ich glaube ich brauche dich doch I don't need you verlass dich auf mich verlass dich auf mich wird gehittert okay warte los geht so gut gemacht tillers jetzt machen wir das mal richtig haute sagte ich und fiel schon wieder in die stacheln ich bin doch unmöglich so hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich kümmere mich darum Mann Lasst mich doch alle Me Lasst mich derp sein Alter Tails, wie lang kannst du mich tragen? Wirklich? Seit wann? Das ist Lüge, Tails kann das nicht so lang Und vor allem nicht Classic Tails Das weiß ich am besten Ich war schon oft genug Classic Tails In Sonic and Knuckles Der hat mich so oft gekonnt Der zu cheese Okay Aber ist auf jeden Fall eine kleine Challenge Dass Tails auch mal was macht In seinem Leben Esra Mit Schuss, obwohl ich gestorben bin Obwohl ich gestorben bin Und noch mehr Farbe in Chemical Plant Zones So schaut das doch schon viel cooler aus Oder so Weiß ich nicht Vielleicht Oh Musik Musik Komm Super Sonic Racing Hey everybody's room Sanctuary Alter Alter Was Bin ich jetzt in Sonic 6 6 Dungeon gelandet? The fuck I don't need options Alter wie schnell Okay Okay Schlüssel rein Rein damit Okay Sky Sanctuary Braucht jetzt noch ein paar Sachen Habe ich Zeit dazu? Das weiß ich nicht Oder soll ich sagen Wir machen sie im nächsten Part Ich weiß nicht Ich meine wir können von mir aus noch da reinschauen in Sonic 6 Dungeon Videos Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Okay Galerie Aha Ja 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 Sehr interessant Ja 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 Let's got Okay Musik Ist nur die Musik Okay Super Sonic Racing Everybody's Oh man Und was ist das? Charaktere Sonne Oh hey Das ist cool Das ist cool Das ist cool Das gefällt mir Und Makkelsten I don't see a four-headed dick Where is it? Ich kann nicht über den Ruck gucken Schlechtes Spiel Scheiße Warte was Metal Sonic Oh hey Metal Sonic Is cool Alter Wie schnell Bin ich mir wieder überrascht Wie schnell Alter Geh halt ab Okay Aber Ja Ich würde sagen Im nächsten Sonic Slow the fuck down Was hast du zu sagen? Knuckles Yo Yo Wusstest du dass es hier drei Wege gibt? Sieh dich Ah der Wirbel Danke Knuckles Ich kniee nieder vor dir Na egal Im nächsten Part Machen wir Sky's Hang Schöne Herausforderung Oh vielleicht den Boss Oder so Whatever Aber Bum Bum Sonic sagt auch schon Ich soll den Part beenden Okay Auf Wiedersehen Bum Bum ч